Das ist eine Reportage über Frankfurt, da haben die Anwohner, da wurde direkt Apptäsie in den Weichschlägen. Da wurde ja eine Geschäft, die haben z.B. direkt Apptäsie in den Zeitdäck. Ja, und dann mit ganzen Liege heiß, Scheiß. Das muss da nicht heiß. Jetzt kommt die Kundschaft, die wir meinen, was das auch nicht so verkehrt machen. Spitzig. Ist gleich fertig. Ja. Das war ja. Das war ja. Das war ja. Ja, das war ja. Ich war ja, die Kale in der Katzen zu berühren. Ich binян, der Katzen ist auf dem Wachstuhl, da die Katzen nicht zu berühren. Spitzige.